Moin Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, und zwar hier bei der Europe Series. Ja, einer der größten Wettkämpfe in Europa und die Gelegenheit gegen die europäischen Topfahrer anzutreten. Nur in Europa hergestellte Wagen dürfen an diesem Wettkampf teilnehmen. Thomas Rudal ist bekannt für seinen messerscharfen Kurven und seine präzise Ideallinie. Thomas ist ein echter Perfektionist. Du kannst ihn schlagen, wenn du versuchst, seinen Rhythmus zu stören. So, rennen aufs Spar-GP. Ich hasse diese Strecke. Ja, ich hasse sie definitiv. Äh, Altenthal, Russell Creek, Brands Hatch, hasse ich auch. Ach, Drift. Oh Gott. Heißt, dass ich mir da echt noch einen Wagen kaufen muss? Oh Gott. Egal. Wir haben erstmal das, wir haben den... Gut. Dein Wagen ist nicht zu teilen, möchtest du... Höh? Ja? Lol. Okay, warte, 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 warte. Warum ist der nicht frei dafür? Ja, Stufe 1 zu 2, Wagen erforderlich. Leck mich doch am Arsch. Okay, dann gucken wir mal, was wir da von Stufe 2 Wagen kaufen können. Äh, nein, ich wollte nicht alle Wagen. So. Ähm. Ich glaube, ich hol mir den. Weil mit dem kann ich dann im Endeffekt auch driften. Genau. Den holen wir uns. Holen wir uns den guten alten BMW. So, Antrieb, Motorstufe. Zum Glück haben wir genug Geld. Von der sich gesehen brauchen wir uns darum nicht sorgen. So, das da noch einbauen. Und das da noch einbauen. Das Werkspaket verwandelt ein... Ja, Entschuldigung. Das wollte ich eigentlich nicht dran klicken. Aber auch gut. So, Turbostufe, Bremsenstufe, Fahrwerkstufe und Reifenstufe. Haben wir Falkentires drauf. Das ist schön. So, äh, nein. Erstmal das Cockpit-Upgrade. Cockpit-Upgrade. Gewichtsoptimierung. Gewichtsoptimierung. So, das Krosserie-Kit bringen wir gleich an. Zack. 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 Dagegen ist ja der... So. Krosserie-Kit 3. Büss. Nein. Ich glaub's ja nicht. Können wir echt kein Werkzeugbau machen? Egal. Optik. Lack. Oder wei... Weiß sieht der geil aus. Ohne Witz. Der sieht wirklich im Weiß geil aus. Okay, machen wir's so. Oder? Metallic? Genau, Metallic machen wir. Fängen. Wir haben da... Wir haben da... Keine Ahnung, was sind denn das? So passt das doch ganz gut. So, wie Nils. Das sieht doch schick aus. Ne, okay. Machen wir das. Da hat er auch sowieso Grundlack-Mais. So. Und, äh... Wie viel Geld kriegen wir hier? Perfekt. 80.000. Können wir locker machen. Gut. Dann kümmern wir uns mal darum. Oh Gott. Ich hoffe, dass ich das packe. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Den Wagen schon mal... Meine Finger sind kalt. Das schneit draußen. Und, äh, egal. Ähm. Oh Gott. Hopefully, schau wie das. Wo ist... Wow. Äh, hier. Erreich 140 km. Ist ja auch nicht wirklich schwierig, ne? Alter. Sag mir jetzt nicht, du hast mir einen von der Seite... Woller Vogel. Oha, ich muss aufholen. Muss aufholen. Zütt das Nitro durch. Okay, lol. Okay, das wird echt heftig jetzt. Tschüss. Wow, wow. Windschatten. Okay. Sorry. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oh Gott. Wow. Alter, ich muss hier runter. Ich hasse die Strecke immer noch. Aber hauptsache, man kann sie fahren. Oh Gott. Ja, danke auch, dass du mir einen von der Seite mitgegeben hast. Oh, sorry. Die Strecke muss ich gerade mal aus der Sicht fahren. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wow. Glück gehabt. Oha. 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 Alter, ich sollte langsamer hinmachen, wenn ich das schaffen will. Na, komm schon. Oho. Schallion. Strecke abgekürzt. Wo habe ich die Strecke abgekürzt? Sorry, Liga. Ich muss mal kurz hier vorbei. Wow. Ui, 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 ui. Nein, ich wollte mein Auto nicht schrotten. Oha, Gott. So, bei die Tru ist alle. Naja, auf 140 zu kommen ist aber auch nicht wirklich schwierig, würde ich sagen, ne? Ja, toll. Die Kurve haben wir nicht geschafft. Egal. Leck mich. Leck mich. Oh, komm schon, rum mit dir. Oh Gott, Alter. Wir sind so weit vorne, ob ich das schaue, ist eine andere Sache. Komm schon. Wenn ich ordentlich fahre, könnte ich es noch schaffen. Ansonsten habe ich die Arschkarte gerade mal gezogen. Ja, Mann. Einer der wenigen Kurve, die ich geschafft habe. La, 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 la. Ja, ja, ich weiß, ich habe die Kurve nicht geschafft. Ja, Mann. Alter, wie weit vorne sind die bitte? Ich schaffe ihn nicht. Kannst du klicken? Ne. Ne. Ja, ja, ich weiß. Ne. Dann kannst du klicken. Dafür ist zu viel passiert. Ne. Ne. Das Starti Nummer 9. Da bin ich echt, äh, ja. Habe ich noch gerade noch die Punkte gekriegt und was war. Schaffen wir es nicht. Kinesis. Motorsport. Okay. Tokiko Performance Shock. So, jetzt könnte ich mich mal alleine an den Arschbanken klutschen. Ja, ja. Das war die wirklich schwer. Ah, komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Ja, jetzt, 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 jetzt. Sauber. So. Ab nach vorne. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ui, 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 ui. Uh, da hat's wen rausgeschossen. Sauber überholt. Wo habe ich den denn bitte sauber überholt? Läu. Kurve gemeistert. Hinten bleiben, mein Freund Kannst mal schön fein knicken Oh, ich bin schon dritter Loll, Kurve gemeistert, auch gut So Jetzt mal schön nach vorne Schick Habe ich die Kurve ja doch gemeistert Aber die wiederum ich Immer mit der Ruhe Yo So, und Nitrostoff geben Geht da So Dööööööööööö Schön Schöne��� a� Guck, guck, guck mal wer hinter der ist He he Äh, komm schon. Okay, nicht geschafft. Egal. Äh, ja, ja. Ah, cool, wir gemeistert. Cool. Aber besser geht's noch gar nicht. So, und ich zieh dir mal davon. Tschüss. Oh, Junge, Junge, Junge. Ja, das kann ja was werden. So, tschüss. Alter, du klebst mir zu sehr am Arsch, Junge. Hast du keine Hobbys? Willst du mal meine Abgase schnüffeln? So. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Wow, ist er gerade eben noch geschafft. Yay. Ja. Geht doch. So, und unser Wagen ist hoffentlich noch heile. Ich hab keine Ahnung, ob unser Wagen noch heile ist. Ich weiß nur eins. Ich will das Rett gewinnen. Ups, da hab ich der kleine Lücke gelassen. Ach, guck keiner an. Hat er den Audi vorbeigelassen? Das hätte ich jetzt aber eher weniger gedacht. Bisher wohl doch gar nicht mal so gut, wa, Thomas? Tja, Audi Power und BMW Power. Wobei, er hat auch BMW. Das hat nicht wirklich was zu heißen. Loll, Kurve gemeistert. XD. So. Uah, 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 uah. Ich sag dir hinten bleiben. Ich sag dir hinten bleiben. Alter. Du hinten bleiben. Kapierte. Danke. So. Du mich die Füße küssen. So. Geht doch. Uah, 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 uah. Uah, 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 uah. Haben wir es doch geschafft. Uah, 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 uah. Thomas Rudal ist wohl doch nicht immer so gut, wa? Immerhin, unser Wagen ist doch recht heile, würde ich sagen, ne? Ui. Haben wir auch bald wieder Level ab. So, kleines Abzeichen überholen. Überhole 75 Gegner, fahre Windschatten von 175 Gegnern und... Gold Windschatten. Sauber. Äh, ja. Der war Fail. Wie auch immer. Macht nix. So. Jetzt können wir uns was ganz Besonderes widmen. Zack. Jupp. So. Das ist doch schön. So, das war's auch schon erstmal. Und, äh, mal was Neues krieg ich eh nicht in die Folge reingeklatscht. Und, äh, ja, wir sehen uns, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und, äh, ja. Have fun, Leute!